Klaus ist wichtig. Kleidgild für die Lippen. Bomber. Louis und Lem haben diesmal Ben mit im Gepäck und wollen wohl unsicher machen. Dort wird er vor seinem Date gleich einmal gestylt, damit er dazu passt. Und für den nächsten Kaffee? Ja, passt alles, ja. Gut, mit der Kaffee, 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 mit der Kaffee. Vor dem Date noch eine königliche Ruhe für den Tinder-Kindel. Aber das Date zieht nur einen Pyjama. My style. Thank you. Is your normal style? If it's not my style, I am a bit worried.